Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich bei der Sofortbildkamera Instax Mini L von Fujifilm einen Film richtig einlegen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Im ersten Schritt muss ich mal meine Batterien hier richtig einsetzen, die auch im Lieferumfang mit enthalten sind. Hierfür muss ich jetzt mal meine Sofortbildkamera nach links drüben drehen, denn hier habe ich auch schon das Batteriefach, welches mit dem Symbol recht gut zu erkennen ist. Danach kann ich dieses mit dem Daumen nach unten einfach mal aufschieben und wenn das geschehen ist, dann muss ich mal noch meine zwei Batterien natürlich richtig rum einsetzen und danach dann natürlich diesen Deckel wieder drauf geben. Wenn wir das haben, können wir auch schon unseren Film richtig einlegen. Hierfür einmal die Kamera auf den Kopf stellen, dann haben wir hier oben nämlich noch so eine kleine Nase, die kann ich jetzt etwas nach unten drücken und somit lässt sich nämlich auch schon mein Filmfach richtig öffnen und wir können einmal den Film hier auch entnehmen. Hierzu können wir am oberen Teil der Verpackung so eine kleine Nase sehen und an dieser reiße ich jetzt nämlich diese Verpackung einfach mal vorsichtig auf. Wichtig ist, wir müssen jetzt nämlich gleich noch aufpassen, dass wir auf gar keinen Fall den Film irgendwie falsch berühren. Hier können wir nämlich auch schon ein kleines Symbol sehen mit einem Daumen, der wohl durchgestrichen ist. Bedeutet, hier sollte man auf keinen Fall drauf fassen. Ich nehme es am besten immer hier außen an den Seiten. Danach drehe ich es mir noch richtig rum, dann können wir nämlich hier vorne einmal diese gelbe Markierung sehen und an der gelben Markierung muss es dann natürlich auch richtig rum eingesetzt werden. Bei mir ist gelb auf gelb und somit kann ich jetzt nämlich auch schon den Verschluss wieder schließen. Nachdem es also geklickt hat, muss ich mal meine Sofortbildkamera umdrehen. Hier muss ich diese jetzt nämlich erst einmal einschalten, deswegen den Knopf hier auf der rechten Seite unten einmal drücken, dann wird sie auch schon automatisch aktiviert. Man erkennt das übrigens auch hier an dem Licht und ich muss einmal meinen Auslöser genau einmal drücken. Das hat jetzt nämlich den Sinn, dass hier oben diese schwarze Abdeckung das erste Mal rauskommt, die den Film einfach vor Licht schützt. Die Kamera macht keine Geräusche mehr, weswegen ich die Filmabdeckung auch noch oben einfach mal rausziehen kann und wir können jetzt auch erkennen, dass hier unten der Zähler von S auf 10 übergesprungen ist. Das bedeutet, wir haben bei unserer Instax Mini 11 den Film auch schon richtig eingelegt und diese ist somit einsatzbereit und ich kann jetzt 10 Bilder mit dieser richtig machen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Instax Mini 11 hier Ersatzbatterien oder auch mehrere solche Filme auf einmal extrem günstig zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt auf Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.